hallo und herzlich willkommen liebe community hier bei mir dem chris und xion ja wir haben in der letzten folge hier ein bisschen rum bastelt wir werden mal jetzt hier ein paar sachen ändern und zwar würde ich sagen wir haben jetzt hier mal ein paar sachen ausknipsen wir brauchen hier wie viele leute wir brauchen hier 53 haben aber nur 29 okay damit sagen nehmen wir hier mal die drei auch noch raus und wir könnten theoretisch 15 bürger sind hier drin hier sind 15 drin und hier sind sechs das können wir nicht ausmachen okay aber jetzt noch 20 allerdings drin ach hier haben wir die straße nicht angebunden alles klar dann müssen wir immer noch die straße anbinden nein dann können sie das noch abbauen und dann können wir immer die straßen zurückbauen und dann müssen wir gucken wir haben hier zu viele leute in dem sektor und dadurch geht natürlich unser unser dings runter also wir brauchen 53 haben nur 29 wir müssen zeitnah jetzt auf jeden fall diese zellen hier vertütteln und zwar müssen wir dann hier erst mal die krydokapseln einladern ich denke mal wir haben ja bestimmt welche kriegen irgendwann eine sonde können wir auch schon mal eine neue bauen so sektor sechs ist ein bisschen angepisst verstehe ich wir können denke ich mal hier auch wenn wir warten noch ein zyklus ab ihr der hat gerade aufgehört nehmen wir auch raus das heißt wir haben jetzt noch 29 leute das kann ich sagen möchte jetzt auch noch rausnehmen so so ist richtig so wie sieht hier mit der nahrung aus 125 prozent aber ist die frage ist dass der aktuelle sektor ist dass der aktuelle sektor ja oder nein aber ja für fünf malzeiten ja okay das heißt wir haben zu schnell gebaut wie immer ja und das haben wir ja jetzt abgestellt so jetzt können wir erst mal die ganzen straßen wieder zurückbauen die haben wir ja nur gebaut damit wir hier an das ganze zeug ankommen weiß ich ob die leute jetzt alle sterben wenn ich ihnen einfach die straße weg baue aber ich glaube nicht das ist noch nicht geplatzt warum warum ist das noch nicht geplatzt das müsste doch schon weg sein war ich wahrscheinlich zu schnell ach man ey jetzt baue ich da wieder eine straße hin nein dann baue ich da wieder eine straße hin ist ja da sind nämlich noch vier drin die habe ich nämlich nicht gesehen ja okay so das heißt wir haben den sektor jetzt erstmal insoweit safe dass die uns jetzt nicht umbringen hier ja weil wir haben hier zwar die ganzen sachen dran aber das haben wir nicht so äh eisen brauchen wir eigentlich nicht fertigen ähm wir haben 200 eisen das heißt wir werden jetzt erstmal unserem miner kurz mal sagen wer soll mal aufhören äh warte unser miner finden wir woanders und zwar hier äh du hörst mal bitte auf ja du kannst ja sowieso kein eisen farmen weil keins da ist das ist gut und der transporter transportiert so was ich jetzt überlegt habe ist was ist denn wenn wir jetzt hier mal äh den miner mal abwählen und hier noch ein anderes schiff bauen ach das geht nicht sektor 6 gab es ein accident wo hier im krankenhaus das innerwahrscheinlich ausgerutscht ok nein leute es gibt keine aktiven gesundheitsgebäude in sektor 6 willst du mich verarschen da steht krankenstation ich verstehe es nicht ach so weil die jetzt eine explosion hatte ok ja habe ich verstanden so jetzt haben wir hier noch eisen das heißt wir müssen auf jeden fall das 200 eisen hier wahrscheinlich noch rauskriegen was passiert denn hier gerade wie baue bergbohrschiff nein ich habe da schon ein bergbohrschiff achso ich kann noch eins bauen wo ich kann jetzt nicht wirklich noch ein bergbohrschiff bauen alter na dann baue ich da noch mal ein frachtschiff och ich kann noch ein frachtschiff bauen na dann baue ich da noch ein frachtschiff da bin ich doch freund von äh 95 haben wir noch ok die bauplattform ist reingekommen und die bauen jetzt ok so jetzt ist die frage wie kriege ich jetzt ok wir sind dann von out of hope fertig oh die black box von out of hope ok sie haben unter einigen tonnen schutt haben sie die black box gefunden und die wird jetzt analysiert und wir haben 25 eingefrorenen leute und ich würde sagen wir erkunden mal das schlachtfeld so was wir jetzt auch noch machen müssen ist wir müssen mit unserer sonde nochmal hier gucken wegen eingefrorenen leuten hier gibt es irgendwo noch eingefrorenen leute äh ja 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 hier sonde mal bitte nach da fliegen so wie sieht es hier im sektor aus dass die rumpfintegrität steigt wieder das ist gut das müssen wir auch machen das ist wichtig hier wird fleißig repariert genau wir müssten wahrscheinlich eine zweite außenbordschleuse bauen aber wir haben hier keine legierungen und die frage ist wie kriegen wir jetzt legierungen von a nach b also ich habe das schon mal probiert das funktioniert nicht wir müssen den bahnhof wahrscheinlich weiß ich nicht ob wir die bahn bahn bauen müssen das problem ist ich habe jetzt hier das probiert ja also hier in sektor 1 möchte ich 20 legierungen oder sagen wir mal oh nicht 200 das ist quatsch aber sagen wir mal 200 legierungen möchte ich transportieren und hier möchte ich mal sagen wir mal 100 legierungen vertügeln und jetzt ist die frage das funktioniert nicht also hier steht ich möchte das ganze bitte in sektor 6 reintun ja das heißt ich möchte 200 legierungen in sektor 6 liefern und hier steht export in sektor von sektor 1 export in sektor 6 ja steht hier dynamisch die hälfte der lang kapazität des sektors aus höhen ja das wollen wir nicht so sind aktiv bestandskapazität 187 aber hier kommen keine an und die frage ist warum warum kommen da keine an keine aufgaben ressourcenmanagement sektor 6 das ist ja export in sektor wir wollen ja importieren nicht exportieren import ist blau aber wieso steht denn da jetzt die 200 das verstehe ich nicht warte mal wenn ich jetzt hier drauf klicke hier drauf klicke sektor 1 sektor 1 exportiert oder sektor 6 exportiert nein das ist der bestand ah wieso das habe ich jetzt nicht verstanden warum geht das jetzt plötzlich so rum oder ja genau so warte verstehe ich nicht das ist der bestand das ist der export die sollen 100 sollen sie immer importieren vom dings genau nahrung die sollen immer sagen wir mal 50 importieren und die hier müssen ja dann 50 exportieren ne also nochmal die wollen 100 haben also müssen die auch 100 exportieren so ja jetzt habe ich es verstanden glaube ich so jetzt kommen sie jetzt fahren sie die lkw sie fahren ich habe es rausgefunden wie es geht ach ist das schön sehr schön dann können die nämlich jetzt hier weiter bauen und zwar wollte ich ja hier eine außenbautschlöse bauen äh um aber wir machen das mal so damit hier noch eine straße lang kann nachher ähm mhm mhm so so machen wir das so jetzt brauchen wir die straße mal dorthin und zwar wir bauen die mal so und die bauen wir mal zurück so jetzt müssen wir ja theoretisch für alle irgendwie die arbeit haben so die nahbruck kann auch bitte alles einsammeln was hier rum liegt so hammer die können hier ruhig das eisen einsammeln das können sie erstmal tun so jetzt müssen die ja hier los fahren irgendwann ja jetzt fahren sie los alles klar wird das schön ach hier ja ok wir haben die black box von auto enthaltenen daten enthalten weitere analysen sind erforderlich ja alles klar machen wir und da haben sie geschrieben das ist dann hier im technologie baum black box von outer hope da brauchen wir 30 ähm ja lass uns die mal machen wir gucken mal was passiert ähm so jetzt können wir hier noch eine neue sonderbahn na wir müssen langsam mal hier ein bisschen gucken auf unsere geschichte hier wir haben oh ja wir können das stahlwerk wieder anmachen okay hier oben out the hope au wir haben 40 wissenschaft okay und dann würde ich sagen demontieren wir out the hope auch noch genau so haben wir jetzt hier irgendwas gefunden ich habe doch eine ich habe doch vorhin eine rakete losgeschickt also eine eine sonde wo ist denn die hingeflogen ist das jupiter hier da steht ja dran ist das jupiter nein ich habe doch hier irgendwo vorhin eine sonde hingeschickt oder habe ich mich dran nicht mehr daran erinnert habe ich das in einem anderen spiel gemacht ich weiß nicht ich glaube ich hätte da eine sonde hingeschmissen aber sei es drum so die machen fleißig der hat nichts zu tun das ist auch okay das lassen wir erstmal so jetzt kommen die ersten kryos jawoll so jetzt müssen wir die kryos hier rüber schicken aber die frage ist wie viele leute haben wir hier drüben kriegen wir die kryo bank angeschaltet oder nicht genau und gleich explodiert das krankenhaus das ist doch nicht euer ernst das ist doch nicht euer ernst leute 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 okay wir brauchen hier drüben leute die frage ist wie viele leute haben wir hier bei uns ja wir haben keine freien leute was denn jetzt das gebäude entzogt müll okay verstehe ich nicht sei es drum andock plattform haben wir eine und okay wir haben eine neue sonde okay dann falsches dingens und dann nehmen wir mal eine sonde und schießen mal hier ich meine hier irgendwo waren noch ach die haben wir schon geholt aber da sind noch 40 40 wissenschaft und die würde ich gerne noch haben das heißt wir schießen da nochmal eine sonde hin ist eigentlich total blöd hier so weit weg hier rum zu eiern aber naja otterhoop haben wir auf jeden fall gefunden ist schon mal gut so nochmal nachdenken was machen wir als nächstes wir müssten eigentlich ach wir müssen wir brauchen hier mehr leute hier im system brauchen wir mehr leute wie viele leute braucht das denn 5 und das essen braucht auch 5 das heißt wenn wir hier 125 prozent haben können wir ja immer essen hier rüber schaffen das ist ja kein problem was wir hier jetzt erstmal machen ist ach wir ja da brauchen wir auch wieder leute für ne oder brauchen die dinger hier leute ah die brauchen 5 leute ja die haben wir nicht okay na wo kriegen wir jetzt leute her na dann müssen wir die kryo geschichte hier machen ja dann müssen wir die hier machen okay dann das gebäude mal bitte wegreißen das brauchen wir dann nicht mehr ja das können wir wieder einlagern das ist okay na gut die werden sie nicht einlagern können weil ich das ausgeschaltet habe aber das ist wie es ist hier müssen ja auch leute rein neun stück die wir nicht haben das heißt auch das müssen wir wieder ausschalten so jetzt bauen wir mal die kryo fabrik äh kryogenik zentrum das bauen wir jetzt mal hier hin haben wir noch wir haben sogar noch genau die 3 die wir brauchen ich lache mich ja kaputt ein so stahlwerk läuft noch okay science ship ist fertig hier oben oh ja es gibt wieder ein paar dings und es gibt 37 hoshis das ist gut so die wissenschaftspunkte holt er jetzt da noch raus hier haben wir ein astroingürtel sehr schön was ist hier los oh enemy of mankind sehr geil ich weiß nicht ob das so geil ist das werden wir ja sehen so die machen weiter technologieforschung okay 30 leute alter pooh sektor 6 ist was achso ja weil der hier fertig ist nein warum fehlen denn jetzt plötzlich leute hier ah hier ist wahrscheinlich eh nur verstorben okay wir nehmen das mal raus und müssen dann gucken wie sich das hier mit dem essen äh wie sich das mit dem essen hier dann macht oh das ist ja auch krank ey das können wir ja auch gleich wieder ausschalten hier dann wenn es gebaut ist weil äh wir haben hier noch leute oh sektor 1 gab es einen Unfall hier hinten ja natürlich gab es hier hinten einen Unfall das war ja klar Administrator eine neue Request awaits your attention die Blackboxdaten lieferten einige Informationen über die Ereignisse nach dem gescheiterten Wohlsprung der Tikkun den Aufzeichnung zufolge wurde die Erde durch den Lunaklysmus verwüstet im darauffolgenden Chaos radikalisierten sich die Staaten und die unerklärte Dolos zum Feind der Menschheit die Blackboxdaten beschreiben auch eine Dolos Einrichtung versteckt in der Atmosphäre des Jupiter die Offizielle als Hephaestus bezeichnete Anlage diente der Entwicklung eines neuen Typhes von Hohlantrieben und dem Bau einer neuen Suprastruktur der Torus Klasse die bei Dolos als die Protagoras bekannt ist oh ein anderes Schiff diese weiterentwickelnde Tikkun wurde auf die Suche nach dem Wohnmachplaneten Remus geschickt auf dem die letzten Überlebenden der Erde eine neue Heimat finden könnten trotz der Beschädigung von Outer Hope konnte die Station später ein Notsignal von der Protagoras empfangen was die kodierten Wohlsprungkoordinaten und damit letzten Mutweis den Aufenthaltsort des Schiffs enthielt sehr schön das heißt wir wissen jetzt wo das Ding ist so und jetzt werden hier immer neue Leute gemacht hier aber zacki zacki 1 und 6 immer hin und her würde ich sagen ok die bringen wieder neue Leichen mit wollte ich gerade sagen neue Leute mit fängt auch mit L an so die Rumpfintegrität ist massivst gestört durch beschädigte Beute naja aber das ist doch schon nicht mehr beschädigt oh wir sind plus 3 das ist echt nix ja so machen wir jetzt neue Leute hier tauchen wir die gerade auf hier oder was ja wir tauchen sie auf alles klar drei Leute werden gerade aufgetaut in 0,3 Zyklen ich würde sagen wir nehmen jetzt erstmal noch keine in Sektor 6 wir nehmen jetzt erstmal alle in Sektor 1 dass wir hier safe sind würde ich sagen ach dieser Soundtrack ey fällt mir einfach es ist einfach wundervoll okay so wir haben kaum noch Eisen uuuu oh ja 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 oh wow 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 hier unser Stahlwerk muss mal Finger ziehen bitte ok die machen hier Abfall ne oder was heißt das dann achso Technologiebaum ja wir haben wieder 41 die Blackbox Daten haben wir geforscht wir wollten jetzt forschen Batterie haben wir Polydingsbums könnte man jetzt mal forschen Könnten wir nicht, weil wir sind 45. Oh, es sind alles 45. Okay, wir brauchen noch mehr Forschung. Aber wir könnten jetzt ja schon mal anfangen zu forschen. Aber es ist die Frage, wollen wir das Poly-Poly-Mehrzeug jetzt schon forschen? Oder wollen wir hier irgendwie bei den Schiffen hier irgendwie eine Erhöhung machen? Stahlfaser flicken. Aber wir können das gar nicht forschen. Okay, warum nicht? Okay, die hat 45. Wir haben 41. Können wir vergessen. Wir brauchen also noch mehr Dings. So, Sektor 6 ist voll. Sektor 6 fehlen Leute. Wie viele fehlen denn? Oh, da fehlen Haufen Leute. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Ich will ja bloß mal gucken, ob wir jetzt hier unsere Rumpfintegrität mal wieder ein bisschen hochdrehen können. Wir sollen ja auf 630 hochkommen. Das machen wir gleich mal noch. Wenn das fertig ist, machen wir das hier aus. Wir verbrennen natürlich jetzt hier ein bisschen Zeug, aber das ist okay. Unser Stahlwerk läuft ja noch. Läuft das? Unser Stahlwerk läuft nicht. Warum? Warum läuft unser Stahlwerk nicht? Warum läuft unser Stahlwerk nicht? Jetzt läuft es wieder. Sieht schon ein bisschen geil aus, ey. Schon ein bisschen cool. Genau. Noch 20 Mal. Macht es doch einfach. Ist ja egal. Ist doch völlig egal. Okay. Hier. Ausschalten. So. Geht nicht. Seht einfach nicht. Ich seht nicht. Du kannst es nicht betreiben, weil du nicht genug Leute hast. So. Aber wir müssen jetzt erstmal hier nochmal sagen, wir wollen mal bitte jetzt in Sektor 6 noch ein paar Leute rüber schicken. Weil wir ja auch hier langsam die Außenhülle hier mal reparieren lassen wollen. Hier gab es einen Unfall. So. Okay. Die haulen jetzt noch den Scheiß ab. Genau. Und wir haben ja eine Sonde gestartet. Das heißt, die hat hier irgendwas gefunden. So. Achso. Die sind fertig mit Dingsen. Ja. Genau. Alles klar. So. Okay. Dann fliegt man bitte hier hin. Und die holt hier alles ab, was es hier oben noch gibt. Hier gibt es jetzt noch Legierung und Polymere. Die holen die jetzt ab. Ja. Da kommen unsere Transporteure gerade. Der holt noch ein bisschen Eisen. Das ist gut. So. Wir können nochmal eine Sonde abschießen. Wir brauchen noch Leute. Also müssen wir gucken, wo es hier Leute gibt. Eis brauchen wir ja noch keins. Ja. So. Dann schmeißen wir gleich nochmal eine Sonde an. Können wir auch auf Automatikbau machen. Können ja immer bauen. Das ist okay. Wir müssen halt nur sehen, dass wir die Polymerfabrik dann nachher noch in Gange bringen. Und die sollen jetzt alle in Sektor 6. So. Haben wir. Können wir echt nicht in Betrieb nehmen, die scheiße ihr, ne? Wie viele Leute fehlen denn? 13. 10. Okay. Also müssen wir die jetzt alle in Sektor 6 schicken. Genau. Die Frage ist, laufen die auch wirklich darüber? Das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. So. Wir speichern mal, würde ich sagen. Weil ich habe jetzt schon lange nicht mehr gespeichert. Das Spiel speichert automatisch. Da braucht ihr euch keinen Gedanken machen. Aber ich hätte lieber gerne mal so einen Speicherstand. So. Rumpfintegrität. 2%. Oder plus 2. Das ist okay. Es wird also nicht weniger. Wie sieht es hier mit dem Essen aus? 95,2. Das heißt, es geht runter. Gut. Wir exportieren auch viel Nahrung hier rüber. Weil wir hier keine Leute haben, um diese Nahrungsdinger anzuschalten, ja? Das ist das Problem. 25 Kryo-Kapseln haben wir schon. Von 500. Wir brauchen unbedingt diese, diese Gebäude. Wir brauchen unbedingt diese Gebäude, um hier diese Denkmäler und das alles, ich glaube, die sollten wir zuerst machen. Damit es den Leuten, damit die ein bisschen mehr Stabilität haben. Im Sektor. Quartiere, Krankenstationen. Können wir die Insektenfarm eigentlich ausbauen? Beschleunigtes Wachstum? Wird Technologie Stufe 2 benötigt? Die haben wir doch schon, oder nicht? Kann ich nicht machen. Warum? Warum habe ich eine Technologie? Das ist doch Technologie Stufe 2 hier. 1, 2, 3. Oder? Nein. Wahrscheinlich noch irgendwas anderes. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. So, was machen die hier? Wandelt. Ich sehe irgendwas. Gebäudeentsocktmüll. Okay, was heißt denn Entsocktmüll? Was heißt das denn? Wohin entsorgt er das denn? In Sektor 1 gab es einen Unfall. Sehr schön. Hier unten ist einer hingefallen. Ach ja, alles klar. Geht es natürlich hier wieder abwärts, ja. So, können wir denn jetzt das Ding hier anreißen oder nicht? Können wir nicht. Alles klar. Können wir denn das hier anschalten? 5? Nein. Wie viel fehlen? 32 von 20. Warte, 32 von 20? 32 brauchen wir und 20 haben wir. Aber ich habe doch hier die ganze Zeit... Okay. Dann gucken wir mal am Astro-Ingürtel. Oh je, was haben wir hier? Sendet die Signatur, würde auf das Vorhandensein einer industriellen Mineralgewinnungsanlagen namens Stanford-Einrichtung hin. Wir gehen davon aus, dass die Stanford-Einrichtung viele nützliche Materialien beherbergt. Um sie zu bergen, müssen wir allerdings Teile der Anlage demontieren und uns Zugang verschaffen. Es wurde ein Kontrollzentrum identifiziert, ist jedoch mit einem Tor versiegelt, das auf ein UNO-Logo gemalt wurde. Auf das ein UNO-Logo gemalt wurde. Unter diesem Logo befindet sich eine Nachricht in einer unbekannten Sprache. Wir wissen nicht, was sie bedeutet, doch dort befindet sich auch ein spiralförmiges Symbol. Ja, wir sprengen. Wir sprengen und dann ist gut. So, wir haben noch eine Sonder, das heißt, wir scannen mal weiter, was wir hier so haben. Hier gibt es noch Eis, na, warte mal, hier ist noch irgendwas. Da, da bitte noch eine Sonne hinschicken. Jupiter haben wir auch noch, das machen wir dann auch gleich noch. Die können das alles holen, genau, aber ich würde mal sagen, wir setzen mal die Prio so runter und die mal höher. Die sollen immer Leute zuerst holen und die auch immer zuerst holen, genau, das ist gut. So, Sonne fliegt. Oh, beim Mars haben wir auch was. Sag mal, hier gibt es auch Kryos. Oh, sehr schön. Oh, oh, warte, ich muss ja zu schnell weggeklicken, tut mir leid. Oh, halten still klicken, komplexen, haben es Richters Anlage. Alter, das heißt, ihr habt Vertrauen, das ist gut. Die mögen mich, das ist gut. Das hier fehlt mir. So, auf Outer Hope sind noch Sachen, die könnten dann auch noch geholt werden. Wo sind denn meine Raumschiffe? Was sind die denn, wo fliegen die denn rum? Oder können die nicht abladen? Ich weiß es nicht, ob die abladen können. Was sind das für Röscher? Genau, schön, die Halle explodiert, ist klar. Ach komm, hör doch auf, hör doch auf. Das ist doch, das kann ich doch schon gar nicht mehr glauben, was hier gerade passiert. Oh, die Sonne hat ihren Scan abgeschlossen und einen neuen, oh, Venus, okay. Was haben wir hier? Bergboden, Industrieanlagen, unter der Oberfläche der Venus hin. Okay, 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 das hier fällt mir. Wie willst du denn das hier schaffen, ja? Hier ist jedes Mal passiert irgendwas und schon bist du aus dem Gleichgewicht raus. Das ist so, ach, quarkig, ja. Okay. Im Konzertzente wurden Leichen Emil Galedolos Angestellter gefunden. Nach Untersuchung der Erkennungsmarken ist sich Sona Umihara sicher einen Verwandten gefunden zu haben. Es wird gebeten, die Leichen zur Tika zurückzubringen und das Personalverzeichniszentrums nach Verbindung zwischen Verstorbenen und der Tika-Besatzung zu analysieren. Ein psychologisches, ein psychoanalytisches Profil deutet darauf hin, dass Sona Umihara ein für die Tote-Erde-Krankheit charakteristisches Verhalten zeigt. Das ist die Frage, was will man machen? Das Problem ist, dass meine Leute dann irgendwann durchdrehen. Da habe ich keinen Bock drauf. So, wir schießen nochmal eine Sonne los. So, wir haben keine Hoshis mehr. Und hier sind zwei Leute krank. Ja. 17 Besatzungsmitglieder sind verletzt. Und zwei müssen verletzt. Ich verstehe es nicht. 90,9. Ja, wir müssen die, wir füttern die gerade mit durch hier drüben. Ich kann es nicht ändern. Die gammeln ja eigentlich nur rum, weil die haben ja nichts zu tun. Die sitzen hier im Krankenhaus, da sitzen so fünf Leute drin. Und hier sitzen fünf Leute drin. Hier sitzen auch fünf Leute drin. Hier auch. Und da auch. Da sitzen vier drin. Alles klar. Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Jetzt bin ich aus dem Spiel getippt. So, da bin ich wieder. Was ist denn das hier oben eigentlich? Batterielästung im Sektor. Ah, alles klar. So, Sonne hat was abgeschlossen. Was haben wir gefunden? Merkur. Alles klar. Wir haben das Wissenschaft. Ähm. Wo ist denn jetzt eigentlich unser Schiff hier? Ach, das ist am Asteroidengürtel. Ah, das hat alles eingesammelt. Okay. Was steht denn hier? Was ist denn mit der Besatzung? Okay. Na, wenn wir schon mal hier sind, dann lass uns doch gleich mal hier hinfliegen. Weil wir sind ja schon mal hier. So, unsere Transportschiffe holen hier oben noch den Scheiß weg. Das dauert natürlich alles ewig. Wir müssen ja auch mit der Tico nicht hier an der Erde stehen bleiben. Wir können ja auch irgendwo anders hinfliegen. Wir könnten mit der Tico noch jedes Mal da hinfliegen. Dann brauchen die alle nicht so weit fliegen. Aber ist ja erstmal egal. Wir fliegen jetzt erstmal nicht mit dem Schiff. Ach ja, das Forschungsschiff hat nicht die volle Besatzung. Also, äh. Muss er wieder zurück und erstmal Besatzung aufnehmen. Genau. So, hier können die schon mal alles rausholen. Am Merkur auch. Da haben wir Wissenschaft. Äh, würde ich sagen. Höchste Priorität erstmal. Ähm. Weil dann haben wir nämlich erstmal Wissenschaft. Dann können wir nämlich erstmal weiter forschen. So. Jetzt brauchen wir noch was hier. Gucken wir mal. Hier ist auch noch was. Hier gibt es, oh, hier gibt es noch 20 Leichen. Also, äh. Gefriergut meine ich. Oh, ist das schön. So. Hier ist immer noch Party hier drüben. Wobei das eigentlich geht. Aber wenn wir denn jetzt mal langsam mit der Forschung hier vorankommen würden, würde ich ja schon gerne vielleicht, wir haben 72 Dings, das ist ja gut. Dann forschen wir das erstmal. Und danach forschen wir die. Und dann gucken wir mal, dass wir hier drüben nochmal die Polymer und Elektronikfabrik noch forschen. Dann haben wir ja soweit alles. Erstmal, was hier zu forschen wäre. Vorfall in Sektor 1. Dann haben wir 10 nicht arbeitende hier. Genau. Die schicken wir mal rüber. So, Forschung läuft. Schade, dass es keine Forschungskühe gibt. Also, dass man die nacheinander machen kann. Aber wahrscheinlich gibt es die. Dieses Schiff wird aktuell gewartet. Okay. Na, dann warten Sie mal bitte. Jetzt müssten wir wieder Besatzung haben. Oder 10 weniger haben. So, die haben jetzt wieder volle Besatzung. Das heißt, ach guck mal, da steht das jetzt, wie die da hinfliegen. Das ist ja schön. Ich schicke eine Expedition zum Jupiter. Da bin ich ja gerade hin. Na, das ist hier Quest hier, ne? Also, Story machen wir gerade. So, wir brauchen auf jeden Fall hier neue Hoshis. Okay. 31 Dings. Ach, ich brauche bloß hier oben gucken. Okay. Okay, wir können die Insektenfarben wieder betreiben. Sehr schön. Wir gucken mal nochmal bei den Leuten. Wir haben jetzt in Sektor 1 nochmal 10 Arbeitskräfte, die nichts machen. Das heißt, die könnten wir auch noch transferieren. Upsa. Weischtasse. Könnten wir nochmal 10 transferieren. Von Sektor 1 in Sektor 6. 152. Ist auch immer das heißt. Zyklen. 452 Zyklen. Keine Ahnung. Kann ja nicht sein. Die waren ja viel schneller drüben. Als ich dachte. Weil ich möchte jetzt das Ding ja noch mit dem Ertrieb nehmen. Dass wir das endlich hinkriegen mit der Rumpf-Integrität hier. Anhand der Koordinaten der Blackbox von Outer Hope konnten wir erfolgreich die Feisters-Baustelle auf dem Jupiter lokalisieren. Mit Hilfe kodierter Kanäle und der Deolos-Kommunikationsprotokolle von Outer Hope haben wir offenbar den PA der Herr Feisters-Städte geweckt und eine Kontaktverbindung hergestellt. Unsere Untersuchung ergaben, dass die Anlage seit dem Ausfall der Datenarchivierungssysteme jahrzehntelang inaktiv war. Seltsamerweise ist die Industriezone derzeit mit Energieversorgung betriebsbereit. Ja, bitte mal einmal untersuchen. Okay, die holen hier oben noch von Outer Hope. Outer Hope ist jetzt fertig. Ja, Outer Hope ist fertig. Alles klar. Sehr schön. So, was haben wir jetzt hier unten? Unsere Sonde holt noch. Guckt noch. Oh, hier ist der Turn. Sehr schön. Kann man hier die nicht mal alle irgendwie als sie lesen markieren? Das nervt. So, haben wir jetzt hier wirklich... Wir haben hier nochmal 10 Arbeitskräfte. Hä? Hier steht 10 Nichts-Arbeitskräfte. In Sektor 1. Jetzt ist Sektor 1, aber... Boah, wieso? Das stimmt doch dann hier gar nicht. Ach, Mann, ey. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Der repariert? Obwohl er gar nicht angeschaltet ist? Plus 37 reparieren wir gerade. Wir müssen immer noch 630 Rumpf-Dingsbums haben. Durch Arbeitsbedingungen haben wir minus 5. Okay. In Sektor 1. Ja, ja. Ist ja okay. Wir sind ja dran. Wir sind ja dran. Wir transferieren die ja wieder zurück. Machen wir ja jetzt. Oh, ich kann was Neues bauen. So, baut mal das Ding hier. So. Sofort geht's los hier. In dem Scheiß. Na egal. Wir lassen das jetzt erstmal laufen und dann ist gut. So, baut mal hier so ein Stabilitätsding hier. Und dann bin ich ja mal gespannt, was das wirklich macht am Ende. Was macht das Ding hier am Ende? Ja. Und es wäre vielleicht schön, dann mal hier die Sachen irgendwie zusammenzustellen, dass wir wissen, was wir eigentlich haben an Ressourcen, dass wir hier nochmal komplett alles wegreißen und alles neu bauen. Ja. Also das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Oh, was schleppen sie denn jetzt? Ah, die blauen, die roten schleppen hier Regierung, glaube ich, ne? Ah, was denn jetzt wieder? 79 Prozent. Okay. Oh, 200 Kapseln. Wir haben die automatisierte Baustelle erreicht, welche sich trotz ihres Alters in einem betriebsbreiten Zustand befindet. Obwohl die Deolos-Technologie erkennbar ist, ist sie deutlich fortschrittlicher als das, was wir an Bord der Ticun haben. Im Kontrollraum der Anlage stießen wir auf ein Mausoleum für Lyra Freos. Der dortige PA identifizierte uns als Dohlers Personal und gewährt uns Zugriff auf die Datensätze. Diese bestätigen, dass hier heißt, dass für den Bau eines fortgeschrittenen Prototyps des Wohlantriebs-Codename Exion, also heißt das Spiel, genutzt wurde. Ein solcher Antrieb ist derzeit mittels einer Verankerung an einer EKP-Struktur fixiert und kann von einem unserer Bergbuschiffe geschleppt werden. Das Anbringen an der Ticun wird die Wohlsprungfähigkeit weiter aktivieren. Wieder aktivieren, okay. Ja, okay. Schleppt das Ding. Derzeit sind keine... Es war noch kein Schiff zugewiesen. Okay. Machen wir. Machen wir, machen wir, machen wir. Wir werden jetzt mal hier unsere Transporter. Die holen hier gerade Zeug. Das können sie erst mal machen. Und wenn sie es machen, dann beenden wir den Scheiß. Wir müssen jetzt erst mal hier die Kryo-Kapseln organisieren. Wir brauchen Menschen. Wir brauchen Arbeitskräfte. Das ist ein cooles Thema, muss ich sagen. Also, was mich wundert ist, dass die sich nicht vermehren. Wir sind ja Menschen und wir machen ja so Sachen, wo wir uns dann vermehren. Und ich meine, das machen sie hier nicht. Okay. Das ist schlecht. Deswegen müssen wir immer Leute aus Kryo-Kapseln holen. Und hier Wasser haben wir ja auch noch gar nicht im Sektor. Das kommt ja alles noch. Puh. Vorfall in Sektor 1. Na klar. Vorfall in Sektor 1. Logischerweise. Wo denn? Hier ist einer in den Fall. So können wir das jetzt mal langsam bauen. Das ist doch nicht euer Ernst hier. Wie lange dauert es denn noch? Ja, wir müssen aufpassen. Oh, wir müssen aufpassen. Wir brauchen hier Stahl. Legierung. Wir brauchen Legierung. Sonst können wir nicht freundlich mehr reparieren. Ah. Schlecht, schlecht, schlecht. 0,4 Zyklen. Ist das Ding ja noch außer Betrieb, schätzungsweise. Man könnte das Eisen hier für das Werk ja auch hier ausholen. Was macht der denn hier? Der Eisen zugewiesen ist. Na doch. Ist so. Aber die ist gerade außer Betrieb. Also von daher. Warte mal. Es geht gleich weiter. Es geht gleich weiter. So. Wir machen eine neue Sonder. Wir werden immer schön hier alles. und sondieren. Gucken wir mal. Wir brauchen ja Leute, haben wir gesagt. Ah, hier ist noch irgendwo was. Oh, wir gucken. Oh, jetzt 200 Leute. Und 15 Signs. Ja, das nehmen wir. So, Jupiter machen wir später. Ich versuche ich mal kurz überlegen. Ah, das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Ja, ich würde sagen. Wir machen dann mal für heute Schluss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Euer Chris. Ich versuche ich mich mal. Ja, ich versuche ich mal. Vielen Dank.